Guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Spätsendung von Nussdorf 24 und hier auch schon die Themen von heute. Bausicherung in Nussdorf, Eklat in der Volksschule, sensationeller Fund am Haunsberg, Stargast gibt Exklusivkonzert. So, meine Damen und Herren, wir beginnen schon mit dem ersten Thema, Bausicherheit in Nussdorf. Wie Sie ja alle wissen, steht der Bau des neuen Gemeindeamtes in Kürze bevor. Wir vom Nussdorf 24 Team haben uns die Frage gestellt, wie sieht es mit der Sicherheit auf heimischen Baustellen auf und wie sind vor allem die Arbeitsbedingungen auf Baustellen im nördlichen Flachgau. Deshalb sind wir vom Nussdorf 24 Team heute um 7.30 Uhr auf eine der größten Baustellen gefahren. Aber bitte sehen Sie selbst. Bausicherung! Hey, auf die Gäste! Wo hat sie wohl? Da wollen wir eh schon kämen, aber siehst du... Gressen zu! Wir zeigen einmal! Sicher bin ich die Gespausstehung, die gehen nicht weiter, die Hundkraste. Wo ist die Mauer? 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 Ja, rausgehen wir euch! In der Kluhe und da gibt's kein Buffet! Sie ist lieber am Train! A Kasse, Mee! Gelegt! Wenn ich morgen in der Früh schon wieder eine Kasse in mich kriege, dann bring ich mich um! Du Trottel! Du brauchst doch gerade eine Frau, weil ich sag, sie sind doch wurscht da nicht noch! Wo für eine Frau? Nur mit meinem Säbnis selber! Gelegt! Ja! Du brauchst doch einen Kassbräst nieder drauf! Na! Sech, ich trotteln kannst du aber! Verstehst du nicht! Sei jetzt weg! Hey! Was weißt du überhaupt, bis der leeren Radl drücken darf ich mir da? Na leise! Ich hätte ihn auflegen müssen! Ja, aber ich hab noch gefrühstückt! Und überhaupt! Hörst du dich quitschen! Hey! 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 Das müsste normalerweise so gehen! Hey! Hey! Was wär denn so im Tempo da? Da haben wir doch keine öffentliche Pauste mit! Was ist denn, bis du hättest wisst ihr? 15 zu 2! Wie war's 15 zu 2? Fuchzehn Schaufeln und zwei Halbe. Jansi, ich hab's Mittag wieder eine siebengängige Mauer-Menü gekriegt. Was meint das jetzt schon wieder? Ja, lieber Kassel, wir haben eine Sechse tragen Bier. So, meine Herren, sagen wir mal endlich an. Was ist da los? Schalt rein! Nein! Jetzt wird keiner da! Wieder beim Atom stehen! Wird's schon, wird's schon! Einschalten zu jetzt! Was hier geht? Ja, das ist hin wahrscheinlich! Warte, mal nehmt's rauf! Ich hab eine gleiche Scheiße! Nix haut hin! Na gleich geht's? Ja, du weiter einmal! Auf dich, ey! Na gleiche Scheiße! Da ist ja das Ding! Ja, du Kristoffel, schau nicht zu deppern! Schau nicht, wo vergesst, dass ein Beton drin ist! Und einen Verreiber eh ganz klar! Na, du Klopfer, du! Klopfer, du! Klopfer, du! Ja, ich tue eh schon! Eine mit dir! So ist's draussen glupfen! Und du glupfest heute mal ein! Ich sitze dir ein! Aber bitte! Hey, schlöt auf, schlöt auf! Hey, du brauchst mir da hin! Ich hilf dir! Ja, guck mal rein! Na, außer! Aber wenigstens war der Beton schon hart! Bist du an, was passiert? Nein, er fliegt doch! Ja, du musst fliegen! Jetzt ist er unten! Ich bin immer krass in mir offen! Beppe! Obe! Komm, auf wieder! Nein, bin ich schon dabei! Na, geh Obe wieder! Ja, Obe! Auf wieder! Obe! Auf wieder! Obe! Auf wieder! Das gibt's nicht! Das sagst du mal da hin, Chef! Weil der tragt mit seinen Schuhen mehr Träger auf, als du mit der Schaufel auf! Und der Schaufel auf! Und überhaupt, meine Herrschaften! Wo ist da die Baustellabsicherung? Schaut euch das an! Wo ist da die Stafel-Baugrube? Das muss ja auch sichtlich sein! Wenn wir da einen Unfall haben, ist ein Scheiß da! 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 Ja, weg! Welcher Volltrottel hat das da aufgehängt? Der hat ja gar keine Ahnung von der Baustellabsicherung! Da oben raufhängen! Welcher Volltrottel war'n das? Der Chef! Naja, so schlecht schaut's eh nicht aus, oder? Hät mir schon loszusuchen! Nein, hat eh gut gemacht! Passt schon! Super geworden! Aber jetzt meine ich mal genug da für heute, ha? Ja! Soll'n der Baustell? Schau doch, wir machen ja aus, oder mit da! Kommen wir gleich mit da! Jawoll! Passt!